Es ist, finde ich, immer richtig, richtig unangenehm. Wir haben dort schon Spiele verloren, die für uns ganz bitter waren, aber wir haben dort auch schon ganz wichtige Spiele gewonnen. Ich erinnere an die letzte Saison, das war ein gutes Spiel von uns und ich erwarte einfach, dass der Weg fortgesetzt wird, dass man die Jungs sieht, dass sie kämpfen, dass sie fighten, dass sie füreinander da sind, dass sie füreinander einstehen und ich denke, dann werden sich die Ergebnisse einstellen.